Selbst gute Fahrzeuge wie BMW können die Schönheit dieses Autos nur zu 80% erreichen. Ein Auto an sich muss schön sein. Chris Bangle Es ist keine Übertreibung, dass alle deutschen Produkte von Meisterhand produziert werden. Wenn ein Produkt kein ausreichend hohes Niveau hat, verkauft man es nicht. Deswegen lebt in deutschen Fahrzeugen der Handwerkergeist der Hersteller. Das Auto ist Ausdruck des Geistes ihrer Kunst. Die Identität deutscher Fahrzeuge spiegelt sich im würdevollen, vertikalen Nieren-Kühler-Grill wieder, der seit den 30er Jahren beibehalten wurde. Er symbolisiert den Luxus vieler Limousinen. Das würdevolle Emblem zwischen dem wasserfallähnlichen, vertikalen Kühler-Grill und den sportlichen Scheinwerfern hebt das stattliche Erscheinungsbild des Alpheon hervor. Die Seitenlinie des Alpheon erscheint simpel. Aber die dynamische Linienführung von der Motorhaube bis zur Heckleuchte erweckt den Eindruck eines maßgeschneiderten Anzugs. Die Seitenlinie findet sich auch im Design von Buick wieder. Der Alpheon weist eine Instrumententafel und Interieur auf, die an ein Flugzeugcockpit angelehnt sind. Ein von der Instrumententafel bis zur Mittelkonsole verbundenes Design, gepaart mit der bulligen Kraft des Motors, wird vom Fahrer wie eine Umarmung empfunden. Das Infiniti Premium Audiosystem wurde mit besseren Bewertungen ausgezeichnet als Produkte von Bang & Ullutzen. Komfortables und ruhiges Fahren, wie man es noch nicht einmal von einem deutschen Auto erwarten würde. Die Karosserie ist solide. Im Alpheon wurde deutsche Karosserie-Design-Technologie eingesetzt, um das Gefühl der Sicherheit der berühmten deutschen Fahrzeuge zu vermitteln. Der Komfort des Alpheon-Modells hebt die Luxusklasse auf ein neues Niveau und bietet unerreichte Qualität, die im luxuriösen und dynamischen Design des Kühlergrills und der Seitenlinie ihren Ausdruck finden. Wenn ein Auto kein ausreichend hohes Niveau erreicht hat, kann man mit den ausgereiften Produkten deutscher Hersteller nicht mithalten. Wenn die einzigartige Alpheon-Philosophie und Handwerksgeist beibehalten werden, kann dieses Auto, wie sein Name, ewigen Ruhm erlangen. Luxus von Weltklasse. Alpheon.